Da, wenn es da staut, das wäre nicht sehr geil gewesen. So. Funktionieren denn die Linien jetzt wieder? Äh, ist eine Bahnlinie. Ja, die funktionieren wieder. Perfekt. Hoppala. So. gut oder nicht gut, hier startet es sich schon mal wo geht denn bitteschön diese buslinie durch ach so ich verstehe ich hm hm eh so Das hier muss weg, das muss weg. Hm, das ist ja witzig gewesen, wenn das ging. Also das ist für nichts. So. Komm ich jetzt hier aus der Misere raus? Gar nicht oder wie? Dorsen. Ach, come on. Hm. Hm. Schieben wir das mal. So. So. Ah, jetzt hat der wieder keine... Ist doch so behindert. So. Boah, diese Menschenansammlung. Alter! Boah. Boah. Eingestürzt. Verlassen. Hier gibt es Stau. Das ist doch nur eine kleine, nur eine kleine City. Da sollte es keinen Stau geben. Scheiße, alle wollen aufs Land ziehen. Das ist unglaublich. Höhere Schule, da haben wir nur einen. Alle wollen studieren hier. Krass. Krass, krass, krass. So. Hohe Miete. Ja, die hohe Miete lohnt sich aber. Überdenkt, ich baue hier Tennisplätze. Feuerstelle hier. Und dann vielleicht noch ein paar Parkplätze. Da gibt es dann Kunden. Das passt soweit. Oh, der Stau hier. Ja, was willst du machen? Die wollen halt alle in die City. Oh, mega Lul. Ich beobachte mal bis in den Bahnhof hier. Warten ja nur 135, 139 Passagiere. Kommen gleich wieder 84 an. Viele steigen ein, 33. Sind eingestiegen. Und hier kommen? Gar keine Ahnung. Oh ja, die warten alle. Die bringen Cash mit sich. Ja, wir machen ordentlich. noch über 300.000. Hier noch ein paar solche Häuser. Ja. Uff. Was soll man denn dazu sagen? Warum? Ja, so geht's. Ja. 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 Machen wir mal eine sechsspurige Straße draus. Dann müsste ich den hier zügeln. Einfach mal vorübergehend. Das Segment abreißen. Dann kann ich hier das Segment auch abreißen. Jetzt kann ich das machen. So. So. We interrupt this program to bring you a special news bulletin increasing areas of forest are being engulfed by flames. The thick smoke rising from the fire makes the air dangerous to breathe. Citizens are advised to vacate any premise near the fires and remain at a safe distance until emergency services managed to get the fires under control. Theут Zwei Spurig, Zwei Spurig, Zwei Spurig, Zwei und Zwei. Und hier staut es sich, okay. Machen wir einfach mal so. Und erhöhen den Output. Auf Sechs Spuren, Fünf Spuren. Okay, das ist ein riesen Texturenfehler. Nee, warte mal, ich kann hier wieder auf Vierspurig runter. So rum. Okay, es gibt immer noch ein Verkehrschaos. Hm. Ah. So. Hm, ich habe eine Idee. Okay. Machen. Also, das ist ein riesen Teule.